Aber schonen Sie doch das Volk, mein Führer. Wenn mein eigenes Volk an dieser Prüfung zerbricht, könnte ich darüber noch keine Träne weinen. Das hätte nichts anderes verdient. Es würde sein eigenes Schicksal sein, dass er sich selbst zuzuschreiben hat. Seit Monaten. Ich muss es loswerden, mein Führer. Seit Monaten habe ich Ihre Zerstörungsbefehle ausgesetzt. Es gibt schriftliche Beweisstücke, wonach ich Ihre Befehle nicht nur missachtet, sondern Ihnen auch zuwidergehandelt habe. Ich musste es Ihnen sagen. Meine persönliche Loyalität zu Ihnen hat dabei nie Schaden genommen. Also, Sie fahren. Gut. Auf Ehrsein. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich melde, der Führer ist tot. Ich wünsche Ihnen das Gute.